Zahlen des Statistischen Bundesamtes aus dem ersten Quartal 2018 zu den Internetaktivitäten der Menschen in Deutschland zeigen. 91% der Surfer suchen im Netz nach Informationen über Waren oder Dienstleistungen. Ebenfalls sehr häufig genutzt wird die Kommunikation über E-Mail. Beliebt sind auch die Informationssuche zu Gesundheitsthemen und das Anschauen von Videos. Dabei setzen die einzelnen Altersgruppen unterschiedliche Schwerpunkte. So steht bei jüngeren Internetnutzern das Anschauen von Videos an erster Stelle. Bei älteren ist es eher die Suche nach Informationen.